Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Neuntägiges Sirischo-Gebet. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. An neun Tagen je eine Stunde zum kostbaren Blutbeten und zwar Rosenkranz zum kostbaren Blut. Weihe der Welt nach dem unten stehenden Weihegebet. Weitere Gebete zum kostbaren Blut nach eigener Wahl. Weihe der Welt an das unbefleckte Herz Mariens. Von Papst Pius XII. am 8.12.1942. Königin des Heiligen Rosenkranzes. Hilfe der Christen. Zuflucht des menschlichen Geschlechtes. Siegerin in allen Schlachten Gottes. Flehend werfen wir uns vor deinem Throne nieder. Wir kommen voll Vertrauen, dass wir Barmherzigkeit, Gnade und rechte Hilfe in den gegenwärtigen Bedrängnissen erlangen. Wir vertrauen nicht auf unsere Verdienste, sondern einzig auf die unendliche Güte deines mütterlichen Herzens. Dir und deine mütterlichen Herzen vertrauen wir uns an. Wir vereinigen uns nicht nur mit der ganzen heiligen Kirche, dem geheimnisvollen Leib deines göttlichen Sohnes, der allenthalben leidet und vielfach bedrängt und verfolgt wird. Wir vereinigen uns auch mit der ganzen Welt. Sie ist von Zwietracht zerrissen, von Hass durchwühlt, ein Opfer ihrer eigenen Sünden. Lass dich rühren durch all die Zerstörungen in der Welt und in den Herzen der Menschen. Durch all die Schmerzen und Ängste, durch all die gematerten Seelen, so viele sind in Gefahr, ewig verloren zu gehen. Mutter der Barmherzigkeit, erbitte uns von Gott die christliche Versöhnung der Völker. Erwirke uns vor allem die Gnaden, die in einem Augenblick die Herzen der Menschen umwandeln können, die Gnaden, die den ersehnten Frieden auf der ganzen Welt vorbereiten und sichern. Königin des Friedens, bitte für uns und gib der Welt den Frieden in der Wahrheit, in der Gerechtigkeit und in der Liebe Christi. Den durch Irrtum und Zwietracht getrennten Völkern schenke den Frieden und den Frieden führe sie zurück zur einen Herde Christi unter dem einen und wahren Hürden. Erflehe der heiligen Kirche in allen Ländern volle Freiheit schütze sie vor ihren Feinden halte die wachsende Flut der Unsittlichkeit auf Wecke in den Gläubigen die Liebe zur Reinheit christliche Tat und apostolischen Eifer Dem Herzen deines göttlichen Sohnes wurde die Kirche und die ganze Menschheit geweiht So weihen wir uns auch dir und deinem unbefleckten Herzen Du Mutter und Königin der Welt Deine Liebe und dein Schutz sollen den Sieg des Reiches Gottes beschleunigen Alle Völker sollen dich selig preisen und mit dir das Magnifikat der Huldigung der Liebe und Dankbarkeit zum Herzen Jesu anstimmen In ihm allein können sie die Wahrheit das Leben und den Frieden finden Amen Rosenkranz zum kostbaren Blut Drittes Gesetz Ewiger Vater ich opfere dir im Namen aller durch Maria immer da das kostbare Blut Jesu Christi auf für die Bekehrung der Sünder der Jugend und zur Sühne der Sünden der ganzen Welt Durch deine Mutter O Jesus verbirg uns auf ewig in deinen heiligen Wunden Vater unser der du bist im Himmel geheiligt werde dein Name zu uns komme dein Reich dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von dem Übe Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus durch deine Mutter O Jesus verbirg uns auf ewig in deinen heiligen Wunden Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns arme Sünder überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus durch deine Mutter O Jesus verbirg uns auf ewig in deinen heiligen Wunden Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns arme Sünder überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus durch deine Mutter O Jesus verbirg uns auf ewig in deinen heiligen Wunden Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns Sünder überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus durch deine Mutter O Jesus verbirg uns auf ewig in deinen heiligen Wunden Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns arme Sünder überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus durch deine heilige Mutter O Jesus verbirg uns auf ewig in deinen heiligen Wunden Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns arme Sünder überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit es die Frucht deines Leibes Jesus durch deine Mutter O Jesus verbirg uns auf ewig in deinen heiligen Wunden Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns arme Sünder überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus durch deine Mutter O Jesus verbirg uns auf ewig in deinen heiligen Wunden Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns arme Sünder überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus durch deine heilige Mutter O Jesus verbirg uns auf ewig in deinen heiligen Wunden Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns arme Sünder überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus durch deine Mutter O Jesus verbirg uns auf ewig in deinen heiligen Wunden Heilige Maria Mutter Gottes bitte für uns arme Sünder überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme jetzt und in der Stunde unseres Absterbens Amen Gegrüßet seist du Maria voll der Gnade der Herr ist mit dir du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes Jesus durch deine heilige Mutter O Jesus verbirg uns auf ewig in deinen heiligen Wunden Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem heiligen Geist wie es war im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit Amen O Jesus göttlicher Erlöser sei uns barmherzig barmherzigkeit für uns und für die ganze Welt Amen Gnade und Barmherzigkeit mein Jesus während der gegenwärtigen Gefahr bedecke uns mit deinem kostbaren Bluter Amen Ewiger Vater Erweise uns Barmherzigkeit im Namen des heiligen Blutes deines einzigen Sohnes Erweise uns Barmherzigkeit Wir beschwören dich darum Gebet zur heiligen Monika Herr heiliger Vater barmherzig mit allen die auf dich hoffen Du hast deiner Dienerin Monika die unschätzbare Gnade gewährt die Seelen mit dir und untereinander zu versöhnen Durch ihr Leben ihre Gebete und ihre Tränen hat sie ihren Gatten Patrick und ihren Sohn Augustinus zu dir geführt Wir preisen in ihr deine Gaben und durch ihre Vermittlung gewähre uns deine Gnaden ihr kann man Gnaden wünschen Wir bitten um die Anliegen der heiligen Mutter Gottes Du geliebte heilige Monika die du deine Söhne geistig nährst indem du ihnen aufs neue Leben schenkst wann immer du siehst dass sie sich von Gott entfernen bitte für unsere Familien für die jungen Leute und für all die die den Weg des Glaubens nicht finden Erlange uns die Gnade Gott treu zu bleiben in der Sehnsucht des Himmels auszuharren und zum Herrn all die zu führen die er uns anvertraut hat Amen Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist wie es war im Anfang so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit Amen von einem Gebetsbildchen Basilika heiliger Augustin in Rom Amen gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit Amen Maria Maria mit dem Kind lieb uns allen deinen Segen gib Amen